Liebe Leute, ich muss euch mal wieder einen Kanal vorstellen und zwar den des Hans-Ulrich Suter. Aber korrekterweise, es ist Dr. Hans-Ulrich Suter, er ist physikalischer Chemiker. Und ich bin dadurch drauf gekommen, dass er meine CO2-Videos mit kommentiert hat. Und ich habe mir dann mal seinen Kanal angeschaut. Und zwar, er hat einen Brief an Professor Lesch geschrieben. Und den hat er hier auch veröffentlicht. Er hat ihn schon vor bald einem Jahr geschrieben. Natürlich keine Antwort erhalten, denn der allwissende Professor ist sich wahrscheinlich viel zu schlau für einen Dr. Suter. Naja, gut. Nebenbei, hier drunter sieht man einige Kommentare, wo Leute auch wissenschaftlich mit ihm diskutieren. Das finde ich sehr gut. Warum auch nicht? Aber hier die ersten zweieinhalb Minuten, die solltet ihr euch anschauen. Es ist wirklich, wirklich einfach lustig, wie er nämlich die ganze Geschichte hops zu nehmen. Gedenkt. Das macht er übrigens auch mit seinem Video über Schweizer Schulbücher. Selbst da gibt es so einen Blödsinn. Habt ihr gewusst, dass es eigentlich 55 Grad wärmer als jetzt sein müsste, nach diesen Schulbüchern? Ich wusste es nicht. Ich habe schön gelacht. Vielleicht lacht ihr ja auch. Also, kann ich nur empfehlen. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss. Tschüss.